Ja, jetzt hier, zack, Aufnahme starten. Ihr Mann allein! Na du, frierst du? Spuren im Schnee. Ich muss erst mal den Partner meingeben. Ah, meine Busenfreundin! Wie immer in wichtiger Mission unterwegs, nehme ich an. Ich auch. Ich soll mich nämlich hier im Lager umsehen und helfen, wo Not am Mann ist. Für mich klingt das eher nach Beschäftigungstherapie, aber egal. Uns hat man aufgetragen, erblanzreif nach Überlebenden zu durchkämmen. Ah, da ist Alice und Alphino. Was, diese riesige frostige Ebene? Na, dann zieht euch mal besser warm an. Zum Glück habt ihr ja mich und mein Fernrohr. Wie wär's, wenn ich mich ein wenig für euch umschaue? Kommt mit! Ja! Ich hoffe... Äh, nee, nichts, nichts, nichts. Äh, na, das kann ja heiter werden. Wir folgen ihm besser schnell. Also sein Fernrohr, ne? Ja, ja. Sorry. Boah, in dieser Ebene will ich wirklich... Wartet. Reitier verzeichnen, das wohl so ist es da. Äh, Kommandoliste. Ich finde, das passt. Ich finde, das passt super. In dieser Gegend. Dieses Reitier, das Leibner. Obwohl es hat ein paar, äh, Beine zu wenig. Das ist nicht das Original. Er hat sein Rohr rausgeholt. Äh, ich meine, das Fernrohr. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und, oh, ups. Ähm, ein riesiges Schaf oder eine haarige Kuh. Jedenfalls nichts, wonach ihr sucht. Und, äh, obwohl, da leuchtet was. Ach, nur ein Hexagon. Ansonsten ist da nichts als Schnee. Noch mehr Schnee. Doch, wartet. Was sieht mein wachsames Auge da? Ja, ganz sicher. Ein Mädchen. Was? Zeig uns wo. Östlich von hier, hinter den Bäumen. Es sah aus, als würde sie vor etwas wegrennen. Und ich glaube nicht vor uns. Sie trug ein grünes Kleid. Mehr konnte ich auf die Schnee leider nicht erkennen. Boah, ich muss aber sagen, das Schwert von Alice sieht mega cool aus, ne? Sie wird längst weg sein, wenn wir dort ankommen. Aber, bei dem vielen Schnee sollten sich zumindest Huchspuren finden lassen. Fernrohr saulang, ja? In Ordnung. Ich sage Lucia Bescheid. Wohin, wohin ihr geht. Oh, nehmt diese wärmenden Tränke mit. Die wurden an alle Mitglieder des Korps verteilt. Ich gebe euch meinen ganzen Vorrat. Dem Mädchen ist sicher furchtbar kalt. Vielleicht könnt ihr ja, äh, könnt ihr so, ja, äh, ihr Vertrauen gewinnen. Bist du sie sicher? Es sah vorhin so aus, als könntest du sie auch ganz gut selbst gebrauchen. Aber nicht doch. Als Mitglied des Korps ist es ja wohl meine Pflicht, der notleidenden Bevölkerung hier zu helfen. Und als Edelmann, wie ich nun alleine bin, erst recht. Nun behalt euch lieber, bevor sich die ihre Spuren verliert. Alles klar an Dad, dann wünsche ich dir nur gute Nacht und danke, dass du da warst. Und danke nochmal für den Raid. Ich mache aber auch nicht mehr so lang, ne? Letzte Mission und so. Ich hoffe, ich kann die zu Ende spielen. Ich hoffe es. Aber das könnte auch so eine kleine Mission sein, ne? Aber wenn es eine kleine ist, dann, äh, ja. Egal. Ist es halt eine kleine. Kann nämlich immer sein, dass es am, äh, die ersten Missionen in so einem Gebiet, es sind immer Erkunden und kleine Missionen und die Fußwürden sind noch ganz frisch. Sie führen nach Osten. Äh, warum, warum synchronisiere ich das jetzt? Als würde Alizé das sagen. Oder Alpino. Diese Fußwürden sind genauso groß wie die letzten. Sie führen zu dem Gebäude. Was auch noch für ein Reittier cool ist, in diesem Gebiet ist doch ein Eis. Wir haben doch ein Eispferd, ne? Warte mal, haben wir noch ein Eis? Glorias. Oder Ember. Wir haben sie gefunden. Oder wissen zumindest, wo die Unterschlupf ist. Die Tür ist allerdings fest verschlossen. Und es sieht auch, äh, nicht so aus, als wäre sie in letzter Zeit geöffnet worden. Eventuell versteckt sie sich ganz in der Nähe. Alpino und ich werden hier suchen. Vielleicht ist sie aber auch einfach nur hier vorbeigelaufen. Könntest du dem Weg noch etwas weiter folgen und dich dort umsehen? Eine Schneewehe. Äh. Habt ihr das gesehen? Hier war doch gerade einer. Also Name, oder? Oder habe ich falsch gesehen? Vielleicht habe ich nur falsch gesehen. Mal sehen, wo sie ist. Die Manelon ist wirklich, eigentlich, der hat sich gemacht, ne? Das Mädchen im grünen Kleid blickt sich ängstlich um. Wenn du ihm, wenn du ihr von hier aus zurufst, könntest du es verschrecken und direkt in Fänge wilder Tiere betreiben. Nehre dich unauffällig und sprich es, sprich es, wow. Erst als er betiteln, dann als es, sprich sie erst an, wenn es nicht mehr in Gefahr schwebt. Wenn sie nicht mehr in Gefahr schwebt. Warum machen die ja jetzt hier so ein... Folge dem Mädchen im grünen Kleid aus sicherer Entfernung. Wenn sie dich bemerkt, gilt die Aufgabe als gescheitert. Nutze deine Umgebung, um dich vor ihren Blicken zu verbergen. Also hier hat der Übersetzer gepennt. Entweder ist es... ein Mädchen, ein Junge oder nichts von beidem. Aber nicht alles drei auf einmal. Gibt es ja. Also, so Mädchen, das ich lieber als Junge oder umgekehrt oder... Keine Ahnung, was es da alles gibt. Aber es gibt es. Also, ja. Aber hier ist es eindeutig ein Mädchen. Also muss der Text sie bedeuten. Achte dabei darauf, das nicht zu weit zurückzufallen. Auch dann wird dein Versuch als Fehlschlag gewertet. Falle als Fehlschlag, bla bla bla. Finde ich cool. Finde ich cool sowas. Jetzt ist es... Das ist das erste Mal, dass wir es in der Story machen. Mit Verfolgen. Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon. Hier hinter. Ah, sie könnte Angst vor uns haben. Weil er denkt, wir wären ein Galea, ne? Obwohl ein Galea ein Gale mal ist, ist natürlich klar, dass es nicht ist. So, hier gibt es Bäume, unter denen ich mich verstecken kann. Ich frage mich, ob sie mich sieht, wenn ich hier mich nicht verstecke. Da ist noch ein Fels, ne? Da ist noch ein Fels, ne? Haben die schon cool gemacht? Ich liebe es. Okay. 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 Ich liebe es. Hä, wo ist die jetzt hin? Komm nicht näher. Ah, verdammt! Oh. Ich hab die doch kurz aus den Augen verloren, weil ich mal kurz in den Chat geschaut hab. Na super. Ah. Nehme ich das Ding. Nehmen wir hier, Sleipner. Dass die sich auch wieder umgedreht hatte, ne? So schnell. Und das ist, wie ihr hier vielleicht für euch zusammen mitgekntet. Und dann gehen wir hier, wenn ich mehr eins gemacht hast. So schnell, ich kann mir jetzt auf und wenn ich mich jetzt nach ihr in den Chat. Auf geht's mir. So schnell. Oh. 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 Aber ich find's cool, dass die sieht, wenn wir uns nicht verstecken, nicht so nach dem Motto, also es ist offensichtlich, dass wir da stehen, man sieht das aus der Ferne, ne? Deswegen... Ah, ich muss dann wahrscheinlich danach hinter dem Baum bleiben. Und dann können wir den Baum bleiben. Konnte ich sie so schnell aus den Augen verlieren? Jetzt mal ernsthaft. Uns, die redet in Mehrzahl. Ich hoffe, das hat was zu bedeuten. Ich weiß schon gleich, dass die sich hier... Was heißt das Rennen? Boah, macht die jetzt hier einen Powerwalk? Puh, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Ja, hallo. Willst du ein Spiel mit mir spielen? Spaß. Wer bist du? Kein Schritt weiter. Dieses Haus steckt bis unter das Dach voll mit Sprengstoff. Wenn du nicht auf mich hörst, jahre ich uns in die Luft. Warte, wir wollen dir helfen. Ich bin Alfino und das ist meine Schwester Alizee und unsere gute Freundin Murasaki. Als wir von den schlimmen Zuständen in Galemald hörten, haben wir zusammen mit unseren Verbündeten in Eosea und dem fernen Osten einen Korps zusammengestellt und es euch Galean helfen will. Wir wollen dir nichts tun und ich und dich auch nicht gegen deinen Willen von hier fortbringen, das schwöre ich dir. Ihr wollt uns helfen? Ihr Baban und euer Hexenberg? Seid es doch gewesen, die all das Edeln, der es losgetreten haben. Ich lese trotzdem weiter, ne? Ich bin gnadenlos. Das ist nicht wahr. Bitte glaub uns. Wir wissen selbst nicht genau, was in der Kaiserstadt vorgefallen ist. Wir wollen es aber herausfinden. Sicher hast du schon von den Telephorei gehört. Oder? Sie sind es, die gerade mal in dieses Chaos gestürzt haben. Und sie werden nicht eher ruhen, bis die ganze Welt in Schund und Asche liegt. Deshalb sind sie auch unsere Feinde. Ich werde sowas von gleich fliegen, ne? Aber ich lese weiter. Ich lese weiter. Auf dem Weg hierher sind wir auf kaiserliche Säule angestoßen, bis natürlich der Bildschirm weg ist, ne? Die in ihrem Bann standen. Glücklicherweise konnten wir sie aber in unsere Obhut nehmen und versuchen, nun sie zu erheilen. Du bist die erste, die nicht besessene Person, die wir hier treffen. Wie konntest du dem Einfluss der Telephorei entgehen? Und gibt es noch andere wie dich? Mein Name ist Lies Schien hier. Ihr wollt also wissen, wieso ich noch bei klarem Verstand bin? Das habe ich mich auch gefragt. Jeden Augenblick seit dieser schrecklichen Nacht, als das Brüllen erklang. Alles war so unwirklich, als wäre man in einem schrecklichen Attenraum gefangen. Die Leute schrien und ich vielleicht auch. Ich kann mich gar nicht dran oder erinnern. Als ich wieder zu mir kam, war es totenstill. Still, totenstill. So ruhig wie sonst nicht. Mal in den kältesten Nächten. Ich muss den Text gleich wieder durchskippen, ne? Sei denn, dass das kurze Verschwinden mich doch nicht rausschmeißt. Am Ende konnte ich wieder klare Gedanken fassen. Und für einen Moment dachte ich, dass der Spuk vielleicht vorbei sei. Dass der Bürgerkrieg vorbei sei. Bis ich nach draußen trat. Was ich sah, lässt sich nicht in Worte fassen. Das war grausamer als alles, was ich kannte. Ich rannte so schnell ich konnte. Vorbei an den Leichen meiner Freunde und Nachbarn, die ich mein ganzes Leben lang gekannt hatte. Ihr toten Blicke gen Himmel gerichtet. Ich finde es aber schon ein bisschen schade, dass die einfach hier mal so eben alles zerstören und so, ne? Ah, okay. Jetzt ist die Verbindung weg. Die Warteliste ist gnädig. Die Warteliste ist gnädig. Das ist halt spät, ne? Da kommt man locker wieder rein. Dann müssen wir halt nochmal uns durch den Text klicken. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Wir wissen ja ungefähr, welche Stelle das war. Wir wissen ja ungefähr, welche Stelle das war. Ihre toten Blicke gehen Himmel gerichtet. Ich wollte nicht enden wie sie und erst recht nicht wie jene, die zwar noch lebten, aber nur noch Höhlen ihrer selbst waren. Also rannte ich, soweit meine Beine mich trugen. Also dass Garnemal so sein Ende findet, ne? Hätte ich nicht gedacht. Dann wohnst du jetzt hier? Ja, dies ist Sigaslohn. Ursprünglich eine Siedlung für verdiente Soldaten im Ruhestand. Jetzt lebe ich hier mit meiner... mit einigen anderen. Das mit dem Sprengstoff war übrigens gelogen. Ich wollte die anderen schützen, die sich drin verstecken. Das Leben hier draußen ist hart und die anderen sind am Ende ihrer Kräfte. Wenn ihr uns mit Proviant oder Brennstoff versorgen könntet, wäre uns sehr geholfen. Aber natürlich, dafür sind wir ja hier. Danke. Ich werde mit Ihnen reden. Bitte wartet hier einen Moment. Ich hoffe, sie... vertraut uns auch. Aber es ist halt schwer, Vertrauen zu... zu bewirken. Aber ja gut. Wir haben ja auch nicht diese Skala Male, äh, das, äh, das, was die auf der Stirn haben. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das dritte Auge. Sagen wir es mal so. Es soll ja so eine Art Auge darstellen. Glaube ich. Nur, dass es das Auge nicht sieht oder so. Also nicht auf diese Art und Weise, glaube ich. Das sind alle, die hier Zuflucht befunden haben. Und ich schien hier hat uns alles erzählt, dass ihr uns helfen wollt. Ist sehr freundlich von euch. Oh, da sind... Da sind aber welche am Frieren, ne? Momentan kämpfen wir vor allem gegen die Kälte. Wir haben kaum Erdseim und können nicht heizen. Und mit klabbernden Zähnen redet es sich bekanntlich nicht gut. Dann will ich mal etwas Feuerholz sammeln gehen. Hilfst du mir beim Anzünden mit etwas Magie, Alisei? Ihr werdet nicht mehr lange frieren müssen. Dürfen wir die Feuerstelle dort vorne errichten? Selbstverständlich. Fühlt euch wie zu Hause. Was ist das? So, Licinia hat auch gleich die nächste Quest für uns. Aber ich würde mal sagen, wir machen Schluss für heute. Ich rede dann auch zum Toni. Obwohl, was spielt denn Liz? Just chatting. Ich gehe zum Toni. Just chatting heißt, ich mache nicht mehr lang. Dann kann ich auch gleich zu Liz gehen. So. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.